100 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Damit ist Deutsch die am meisten gesprochene Muttersprache in Europa. Bei den weltweit meistgestreamten Podcasts auf Spotify sind auf den Plätzen 3 und 4 deutschsprachige Podcasts. Nämlich gemischtes Hack und fest und flauschig. In Deutschland ist deutsche Musik so beliebt wie nie zuvor. 2019 waren 4 der 5 meistgestreamten Songs auf Spotify deutschsprachig. Das alles sind Gründe, die deutsche Sprache zu feiern. Ich zeige euch heute 6 Gründe, warum die deutsche Sprache geil ist. In der deutschen Sprache gibt es viele Worte, für die es in anderen Sprachen keine entsprechende Übersetzung gibt. Zum Beispiel mein persönliches Lieblingswort in dieser Kategorie, Ohrwurm. Und es gibt noch so viele andere coole Worte, die ihr in anderen Sprachen nicht finden werdet. Fernweh zum Beispiel. Das Fluchtgefühl ergriff mich abermals. Ich möchte dies ein umgekehrtes Heimweh nennen. Eine Sehnsucht ins Weite statt ins Enge. Ein Wort hat zum Beispiel die Engländer so begeistert, dass sie es einfach gleich übernommen haben. Und zwar die Schadenfreude. Das war klar, dass sowas wieder von uns kommen muss. Es gibt aber auch noch schöne Worte. Zum Beispiel Weltschmerz, Fremdschämen, Lebensmüde oder auch ganz lustig Schnapsidee. Und natürlich ein Wort, das alle kennen, die in ihrer Teenie-Zeit mal alleine zu Hause waren. Sturmfrei. Und wer hat den Begriff in dieser Bedeutung geprägt? Natürlich Studenten. Ursprünglich bedeutete sturmfrei nämlich, dass eine Festung nicht gestürmt werden konnte. Die Mauern der Festung waren höher als die Sturmleitern der Feinde. Somit konnten sich die Burgbewohner sicher sein, dass keine ungebetenen Gäste in die Burg gelangen können oder bereits in der Burg anwesend sind. Ich habe das Gefühl, wir haben einen regelrechten Fetisch für lange Worte. In kaum einer anderen Sprache kann man verschiedene Worte so einfach aneinanderreihen, dass sie ein neues, langes Wort ergeben. Aber hey, kurz und knapp, das kann jeder. Deutsch ist einfach was für echte Cracks, äh, Profis. Am häufigsten kommt es übrigens im juristischen Bereich vor. Spitzenreiter war hier zuletzt mit 67 Buchstaben die Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, die wurde aber 2007 aufgehoben. Also ich fand sie toll. Nicht gut fürs Cravel-Spielen, aber auch sehr beliebt bei uns sind kurze Worte, die wir vor allem im Mündlichen als Füllwörter benutzen. Und die haben meist keine eigenständige Bedeutung in einem Satz, sondern sie stellen die übrigen Aussagen in einen anderen Kontext. Sie zeigen, wie man eine Aussage einschätzen kann. Zum Beispiel mit ja eben. Oder sie dienen dazu, zu zeigen, dass man sich bei einer Aussage nicht hundertprozentig sicher ist. Zum Beispiel quasi ist so ein Wort. Ich habe mal versucht, das als Trinkspiel bei Maypril Irner durchzuziehen. Das war keine gute Idee. Wie sehr also ausgerechnet im Grunde? An sich eigentlich ja. Dass manche Menschen eben offensichtlich, das ist schon interessant. Die deutsche Sprache hat für mich etwas herrlich, strenges und korrektes. Und das ist sie für mich im Vergleich zu anderen Sprachen wie Französisch eben auch. Oder Italienisch. Übrigens, vom französischen Sabonner zu Abonner, etwas für jemanden abonnieren oder älter eine zeitlich begrenzte Leistung vereinbaren, kommt auch das Wort abonnieren, habt ihr euch sicher schon gedacht. Das könnt ihr gleich weiter unten in die Tat umsetzen, um regelmäßig über die neuesten Meinungslieferungen und kontroverse Debatten informiert zu werden. Aber zurück zur deutschen Strenge, ähm, Sprache. Vermutlich klingen wir streng und hart, weil die deutsche Sprache im Vergleich zu anderen recht viele Konsonanten verwendet. Also Buchstaben wie B, C, P, T oder K. Im Gegensatz zu den Vokalen. Für Konsonantenhäufungen sind wir regelrecht berühmt und berüchtigt. Dampfschiff, Fahrt und Wörter wie Strumpf oder Ernst bringen viele Konsonanten sogar in nur einer einzigen Silbe unter. Man kann richtig toll schimpfen. Hackfresse, Gesichtsgrätsche, Vollpfosten. Bleck mich doch am Arsch, Mensch. Der Heiland. Ich habe Durst, verstehst du? Ich schieb dir deine scheiß Geschenke gleich in deinen fetten Arsch, du dumme Sau, du. Das härteste, was ich auf Französisch kenne, ist Puffre Conard. Da würde ich mich nicht angegriffen fühlen, da würde ich denken, jemand will mit mir flirten. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Und wir mögen offensichtlich nicht nur eine harte Aussprache, sondern auch strenge Regeln. Wo sich Spanier, Franzosen und Engländer dachten, lass uns mal grundsätzlich alles kleinschreiben, sagten wir uns, holt mein Substantiv. Bei uns gibt es über 20 Regelungen, nur zu groß und Kleinschreibung. Und wie gerne wir offensichtlich über Sprache und Rechtschreibung streiten. Sag deinem Bischof, er kann mich im Arsche lecken. Ähm, entschuldigt, aber heißt es nicht am Arsche lecken? Und noch ein Grund, warum ich die deutsche Sprache liebe, ist, dass wir nicht kleckern, sondern klotzen. Und zwar mit Artikeln. Nicht wie die geizigen Engländer mit ihrem popeligen einen Artikel mit einem unbestimmten Ä und einem bestimmten W. Übrigens haben viele Sprachen keine grammatischen Geschlechter für ihre Substantive. Zum Beispiel Japanisch, Chinesisch oder Türkisch. Die meisten romanischen Sprachen haben nur zwei. Männlich und weiblich. Zum Beispiel Spanisch, Französisch und Italienisch. Tja und wir, wir haben sogar drei Artikel zur Wahl. Und die stehen jeweils für ein Geschlecht beider Sprache. Also dem Genus, wie der Experte sagt. Und der Artikel ist wichtig. Nicht mal Nazis und Linke stehen einander so erbittert gegenüber wie die Fraktionen im Streit darum, ob es nun die Nutella oder das Nutella heißt. Schreibt mir in die Kommentare, seid ihr Team die oder Team das Nutella? Ich habe das Gefühl, in unserer deutschen Sprache ist alles im Flow, also im Wandel. Sie lebt davon, dass sie sich stetig verändert und anpasst. Einflüsse aus anderen Sprachen? Für uns kein Problem. Wir wissen, was Habibi bedeutet und wir wissen auch, was koscher ist. Ich finde, auch die Jugendsprache hat bei uns ihren Einfluss. Denn die erfindet oder recycelt immer wieder neue, klangvolle Worte, die dann auch sogar in den normalen Sprachgebrauch übergehen. Langscheid hat sogar jahrelang das Jugendwort des Jahres von einer Jury wählen lassen. Ausdrücke wie Smombie oder Niveau Limbo waren wohl nur in den Juryköpfen coole neue Ausdrücke von Jugendlichen. Aber das Wort von 2018 war wenigstens mal auch ein wirkliches Wort, das viele benutzen. Ehrenmann. Und cool ist doch auch in der Jugendsprache, dass hier viel aus anderen Sprachen einfließt. Du, Fiete, sag mal, hast du meinen Schal gesehen? Seit vorhin hab ich den nicht gesehen. Wallahi, ich hab deinen Schal nicht gesehen. Ist das mein Schal, den du da trägst? Wallahi, ich hab keine Ahnung, wo dein Schal ist. Ich glaube, das ist mein Schal. Hä, das ist meiner, wallah. Bist du dir sicher? Wallah, du kannst mir glauben. Wallahi, ich hab keine Ahnung, wo dein Schal ist. Wallahi, das ist meiner. Ich glaube, das ist mein Schal. Muss nicht dieser Schal sein? Das Video von den Datteltätern, in dem es um den muslimischen Slang geht, das findet ihr hier in der Infocard. Und nicht vergessen, die Videos könnt ihr euch, weil Funk ja öffentlich-rechtlich ist, kostenlos in der YouTube-App runterladen und dann jederzeit anhören. Insgesamt ist die Angst, dass wir zu viele englische Begriffe oder sonstige Fremdworte benutzen und unsere gute alte deutsche Sprache damit den Bach runtergeht und verdrängt wird, ganz klar unbegründet. Das sagt auch der Duden. Ein durchschnittlicher Zeitungstext enthält 8-9% Fremdworte. Und dabei werden sogar Worte wie Interesse genauso wie die Information mitgezählt. Blickt man jetzt nur auf die englischen Fremdworte, sind es ähnlich viele. Sogar Werbetexte, die prädestiniert sind für die sogenannten Anglizismen, enthalten meist nur 4% davon. Überraschenderweise hat sich der Fremdwortgebrauch damit im Vergleich zu früher sogar kaum erhöht. Denn auch vor 100, 150 oder noch mehr Jahren galten viele Fremdwörter als schick, die aber eben heute kaum noch verwendet werden. Oder flaniert ihr noch gerne über den Trottoir und säubert euch am Waschlavoir? Laut Duden schafft es die deutsche Sprache sehr gut, Fremdwörter zu integrieren, indem wir sie nämlich einfach den einheimischen Wörtern in Aussprache, Schreibung und Endung anpassen. Da merkt dann irgendwann kaum noch einer, dass der Onkel ursprünglich aus Frankreich kommt und der Keks aus England. Keks. Unsere Lage in der Mitte Europas mit so vielen verschiedensprachigen Nachbarn ist ein kultureller Luxus, der es uns möglich macht, aus den schönsten Sprachen der Welt wie von einem Buffet auszuwählen. Es gibt auch Stimmen, die vor der Veränderung warnen und sie ablehnen. Motto, die deutsche Sprache ist in Gefahr, rettet sie. Die bekanntesten sind da die Vertreter vom Verein Deutsche Sprache. Die haben auf ihrer Website ernsthaft einen Anglizismen-Index, bei dem man einen neuen Anglizismus melden kann. Es ist grundsätzlich eine schöne Sache, die deutsche Sprache zu wertschätzen und sie zu erhalten. Und wenn mir einer mit diesen blöden Abkürzungen OMW ASAP kommt, dann nervt mich das schon ein bisschen. Wie faul kann man bitte sein? Übrigens wird auch jedes Jahr vom Verein Deutsche Sprache der Sprachpanscher des Jahres gewählt. Den Titel gab es 2019 für einen Politiker, der den gendergerechten Begriff die Radfahrenden einführte. Im Ernst, wegen mir bräuchte man solche gendergerechten Bezeichnungen nicht unbedingt. Ich denke, wenn Sprache auch Wandel ist, dann wird sich mit der Zeit schon rausstellen, ob sich diese Genderbezeichnungen durchsetzen oder eben nicht. Außerdem ist Sprache immer auch Weiterentwicklung. Hätte sich die deutsche Sprache nie weiterentwickelt, würden wir heute so sprechen. Das war von Walter von der Vogelweite. Das ist noch nicht mal 800 Jahre her. Was glaubt ihr, was der Text bedeutet? Haut's mir in die Kommentare. Also ich liebe unsere deutsche Sprache. Und Einflüsse von außen sind ja letztendlich nur zusätzlicher Input. Eine Bereicherung. Übrigens kann es meiner Meinung nach nicht schaden, selbst für Vielfalt im Wortschatz zu sorgen. Also zum Beispiel nicht zu allem geil oder scheiße zu sagen, auch wenn die Begriffe in sehr vielen Situationen passen. Ob Dialekte hot or not sind, darum geht es in diesem Video von Deutschland3000. viel Spaß dabei. Ich sage jetzt aber erst mal Adieu und bis nächste Woche.